Ei, das ist interessant. Hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Glotze. Es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten und wir sind mächtig in Plätzchenstimmung. Bevor es losgeht, zeigen wir euch hier erstmal unsere Themen. Außergewöhnlich, das Studikino Pupille. Uni-Präsident verlässt Chefsessel. Zeit für ein Fazit. Jetzt neu, unsere Reality-Soap, die Campus-WG. Wohin geht's mit den Kunstpädagogen? Fehlende Transparenz und Gerüchte. Unterhaltung und Wissenschaft. Science Slam 2014. Unilust oder Unifrust? Studis kommen zu Wort. Schwimmtalent und Medizinstudent. Ein Porträt über Jan-Philipp Glania. Und am Ende erwartet euch eine Weihnachtsüberraschung. Hier ist es laut. Und unter Hochspannung entsteht hier Bild für Bild, aber am laufenden Band. Ihr erratet es schon. Ein Kinofilm. Wir sind heute im Studierendenkino Pupille zu Besuch. Ein außergewöhnliches Kino. Die Pupille hat sich bis heute standhaft dem echten, wahren 35mm-Film verschrieben. Filmvorführer Marco sagt uns wieso. Es muss Filmstreifen sein. Digital ist unspannend. Da kann ich nicht mit arbeiten. Das macht der Computer alleine. Da muss ich zwar auch wissen, dass ich hier einen Computer zu bedienen habe, aber hier kann ich was anfassen. Hier kann ich durchgucken und das Bild angucken. Ja, das ist ein Handwerk und das ist auch eine Kunst, damit umzugehen. Auf den Knopf drücken. Ich gehe nochmal gucken. Ein Bild muss man jederzeit überprüfen. Ja, okay. Seit über 60 Jahren befindet sich die Pupille im Studierendenhaus und wird auch von Studierenden betrieben. Und wer jetzt denkt, ein Filmvorführer hat es auch nicht so schwer, der sitzt nur neben dem Projektor und guckt den Film weit gefehlt. Denn ein Film auf Filmstreifen besteht aus mehreren Spulen. Ist die eine Spule leer, muss die nächste her. Damit niemand den Wechsel merkt, ist Marco am Drücker und muss zum richtigen Zeitpunkt den Projektor anwerfen und den Strahler einschalten. Dann schnell rüber und den anderen Projektor ausschalten. Während links der Film läuft, muss Marco rechts die neue Spule einlegen, unten festkleben, dann filigran einfädeln, kurz antesten und schon ist der rechte Projektor wieder einsatzbereit. Pupille-Mitglied Laura sagt uns, was sie am 35-Millimeter-Film fasziniert. Ich finde, es sieht einfach sehr schön aus, wenn es so ein bisschen flackert. Und ich finde es auch wichtig, dass wir weiterhin 35 zeigen. Und auch, dass bei uns immer noch Leute das vorführen können und auch weiterhin lernen. Bei aller Liebe zum 35-Millimeter-Film kann sich die Pupille dem Digitalfilm nicht entziehen. Heute haben wir eine Archivkopie gezeigt und der Tag ist auch besonders für uns, weil es war der letzte Tag, an dem wir ausschließlich 35-Millimeter-Projektionen gemacht haben. Und seit Anfang des Jahres 2014 gibt es jetzt überhaupt keine 35-Millimeter-Kopien mehr. Also wir sind gezwungen auch, einen Digitalfilm anzuschaffen und jetzt ab nächster Woche aufzustellen, weil wir sonst einfach keinen aktuellen Filmen mehr spielen können. Also hier sieht man die Vorbereitung für die Digitalisierung. Wir haben ja extra so ein 30-Zentimeter-Kernloch gebohrt und hier wird dann der digitale Projektor stehen. Gewichtige Veränderungen zeigen sich auch am Medium selbst. Wir sehen hier ganz schön den Unterschied zwischen einer Kopie 35 Meter, das ist der 20-Kilo-Kasten und das ist eine DCP. Das ist auch ein ganzer Film drauf. Wann kann ich hier eigentlich Filme gucken und wie viel kostet es mich? Du kannst montags und mittwochs um 20.15 Uhr hier Kino gucken, du siehst immer schöne Vorfilme und dann aktuelle Kinofilme oder alte Sachen, die es nur noch in Archiven gibt, aus der ganzen Welt, also alles Mögliche, was du auch in diesem Programmheft findest, das überall ausliegt und es kostet 2,50 Euro für alle, egal ob Student oder nicht. Was gibt es demnächst zu sehen? Am 15. kannst du Dallas Buyers Club gucken und am 17. zum Jahresabschluss gibt es ein Weihnachts-Double-Feature mit tatsächlich Liebe und Die Hard. Das Kinoprogramm der Pupille wurde schon zum dritten Jahr in Folge mit dem hessischen Kinokulturpreis prämiert. Von Arthouse bis zum Blockbuster-Film ist für jeden Liebhaber was dabei und das bei nur 2,50 Euro Eintrittspreis. Reinschauen lohnt sich. Nach 6 Jahren schadet unser Unipräsident Werner Müller-Estel nun nach seinem Amt. Ob er nun in die Karibik fliegt oder welches Resümee er aus 6 Jahren zieht, das seht ihr jetzt. 3, 2, 1 In den vergangenen 6 Jahren hat sich viel bewegt an der Uni Frankfurt. Von Protesten gegen Studiengebühren, Bauarbeiten auf dem Campus, bis zum 100. Jubiläum. Maßgeblich geprägt hat diese Zeit Werner Müller-Estel. Ende Dezember verlässt der Präsident den Chefsessel. Zeit für ein Fazit. Die großen Herausforderungen waren der Umzug ins Westend und der Anstieg der Studierendenzahlen. Von 34 auf 46.000 in nur 7 Jahren. Wie bewertet der Präsident selbst seine Arbeit? Ich denke, dass wir mit dem Studierendenaufwuchs sehr gut zurende gekommen sind, dass wir insgesamt die gestiegenen Bedürfnisse dort haben, befriedigen können. Ich glaube, dass wir im baulichen Bereich sehr gut vorangekommen sind. Ich glaube, dass wir bei den Forschungen mit 11 großen Forschungszentren sehr gut vorangekommen sind. Da haben wir uns sehr, sehr gut aufgestellt. So weit, so gut. Doch was war denn Ihr größter Fehler, Herr Präsident? Es gab eine Enttäuschung, dass die Zuhörer-Leben nicht unter die Exzellenz-Initiativen gekommen sind. Auch das vermerke ich, auch als persönliche Niederlage. Aber das sind Dinge, die gehören, glaube ich, dazu. Man kann nicht immer gewinnen. Vor allem der Aster ließ sich von ihm nicht gewinnen. Vorsitzender Daniel Katzenmayer stellt Müller-Estel eine vernichtende Bilanz aus. Wenn ich sozusagen an den Präsidenten denke, denke ich auch immer an mein erstes Semester hier in Frankfurt 2009 im Winter, wo das Casino besetzt worden ist und wo wir mehr oder minder rausgeprügelt worden sind aus dem Casino. Oder als er das IWI verkauft hat. Das sind eher Momente, wo ich mich an ihn erinnere. Und das sind keine positiven Sachen. Im Winter 2009 hatten Studierende aus Protest gegen Studiengebühren das Casino besetzt. Das Präsidium ließ das Gebäude damals rollen. Das Casino war ja nicht nur besetzt, sondern die Leute haben eben auch das Casino verwüstet. Insbesondere als dann eben als Gemälde und Grafiken von Heck, der einer der verfolgten Künstler im Naziregime war und dessen Werke auf dem Römer verbrannt worden sind, mit Farbe beschmiert worden sind, habe ich gesagt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr toleriere. Von einem gestörten Verhältnis zwischen ihm und der Studierendenschaft will Werner Müller-Ester jedoch nicht sprechen. Ich glaube, dass wir auf die Dauer ein konstruktiv-kritisches Miteinander entwickelt haben. Das meine ich genauso, wie ich das jetzt sage. Sie können nicht erwarten, dass eine Studierendenschaft, ein AStA, sozusagen zu allem Ja und Arm sagt. Das brauchen wir auch gar nicht. Im Gegenteil, ich möchte lieber eine kritische Studierendenschaft haben. Eine weitere Herausforderung, die Finanzierung der Uni. Werner Müller-Ester konnte die Drittmittelquote auf 30 Prozent erhöhen, auch dank privater Stifter und Spender, wie zum Beispiel Johanna Quandt. Seine Vision von einem Harvard am Main liegt jedoch noch in weiter Ferne. Harvard hat die Besonderheit, dass es sich selber finanzieren kann, dass es nicht mehr auf staatliche Zuwendung angewiesen ist. Davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Wir haben als Stiftungsstock von, wenn man alles zusammenrechnet und großzügig rechnet, 165 Millionen Euro. Man brauchte 10 oder vielleicht auch 20 Milliarden Euro, um sozusagen das Grundbudget selber bestreiten zu können. Da sind wir noch meilenweit von entfernt. Ein Projekt, das seinen Nachfolgerin Birgitta Wolff fortsetzen wird. Der Biochemiker Werner Müller-Ester geht zurück in die Lehre. Und sie übernimmt den Chefsessel. Und jetzt kommt Comedy. Ja, machen wir das gerne. Genau, Jean-Pascal. Okay. Ja, mach's gut. Bis dann. Ciao. Wie sieht's hier wieder aus? Alles wie immer. Bockenheim macht immer Müll. Und am Ende wird es ein schlechtes Bild auf mich. Also, auf die WG auch natürlich. Aber mich hauptsächlich. Was ist eigentlich aus deinem Auszug geworden, Bockenheim? Also, erstmal wohne ich schon viel länger hier als du. Und zweitens habe ich in einer basisdemokratischen Abstimmung mit mir selbst beschlossen, noch ein bisschen hier wohnen zu bleiben. Das funktioniert nicht. Dieser Scheiß-Toaster. Der kotzt mich an. Hey. Nichts funktioniert hier. Hey, hey, hey. Beleidige nicht meinen guten alten Toaster. Ja. Dieses Maschinchen ist noch aus einer Zeit, da hatte Toasten noch eine Message. Äh, ja. Das versteht ihr sowieso nicht. War ja klar, dass diese Jungspunde keine Ahnung davon haben, wie das früher immer war. Alte Dinge haben nun mal ihren Wert und den verteidige ich auch. Also, heißt das jetzt, wir brauchen einen neuen? Ich habe letztens in der Zeitschrift für Toastfachleute gelesen, wie man sowas, also, reparieren kann. Und ich glaube, das versuche ich einfach mal. Gut. Wir brauchen einen neuen. Die einzige Frage ist nur, wie finanzieren wir das Ganze? Ja, also, du hast doch von deiner Tante so eine großzügige Spende bekommen. Ja. Und das Geld soll nicht einsetzen, um den Toaster zu reparieren. Was denn mit dir? Warum zahlst du denn nichts dafür? Ich will gar keinen neuen, ja. Das gute Stück ist super. Ja, vielleicht wollen aber die anderen einen neuen haben. Äh. Ich glaube, das recherchiere ich nochmal kurz. Oh, sieht voll schön aus. Ja, ne? Aha. Aber unsere Kunstpädagogen, die haben ein ganz großes Problem. Ehrlich? Welches denn? Das sieht man im nächsten Beitrag. Okay. Unser Problem aktuell ist, dass wir nicht wissen, wie es um unsere Zukunft bestellt ist. Das heißt, wir wissen nicht, in welches Gebäude wir ziehen werden. Vielleicht kann man davon sprechen, dass wir einer Sache sehr sicher sind, dass wir sehr unsicher sind, wie und was mit unserem Institut geschieht. Also das Gebäude hier ist aktuell schon verkauft. Der aktuelle Stand scheint zu sein, dass wir bis 2019 in diesem Gebäude bleiben können. Wohin danach mit der Kunstpädagogik? Wir wurden gedanklich schon öfter umgezogen, eigentlich das erste Mal zu dem Zeitpunkt, als der Campus Westend überhaupt ins Gespräch kam, als neuer Standort der Universität. Das Ministerium für Wissenschaft und Bildung hat vorgeschlagen, dass wir, dass das Präsidium eine Fusion mit der HFG prüfen möge. Ich nehme an, dass das Präsidium eine Vorstellung hatte, die gar nicht so ausgereift war, wie sie heute vielleicht sich darstellt. Das scheint eine attraktive Lösung zu sein, um Gelder zu sparen. Zur Vorgeschichte wurde uns später berichtet, dass ein Neubau der Hochschule für Gestaltung in Offenbach gekoppelt sei an die Zusage, dass das Institut für Kunstpädagogik umziehe. Dem stand von Anfang an entgegen, dass noch im Frühsommer dieses Jahres uns vom Präsidenten versichert wurde, dass wir in den dritten Bauabschnitt integriert werden und mit umziehen. Von offizieller Seite her haben wir über diesen Stand der Dinge, also über die Option, mit der HFG zu fusionieren, erst letzten Montag, also am 24.11. erfahren. Wir haben davon als erstes von dem Aster der Hochschule für Gestaltung erfahren. Also ich weiß, dass es Vorgespräche wahrscheinlich seit dem Dezember letzten Jahres gab. Das Präsidium hat schon Kontakt zum Ministerium gehabt und hat schon diese Option in Erwägung gezogen, aber die Studierenden und auch die Mitarbeiter hier des Instituts und Angestellten wurden darüber noch nicht informiert. Ich hatte nur über Freunde an der HFG erfahren, dass es Gespräche zwischen den beiden Hochschulen gibt und da war schon eine Weile, waren Vorbesprechungen gelaufen, ohne dass wir davon erfahren hatten, aber es mag so sein, dass ich schätze mal ab Spätsommer etwa wir da in Informationen informiert wurden und auch eigentlich in die Gespräche eingebunden werden sollten. Dass wir natürlich hier an dieser Uni bleiben wollen, auch am Standort Frankfurt und dass wir auf gar keinen Fall an eine andere Hochschule angegliedert werden möchten. Dass Kunst und Musik als kreativer und unnötiger Ballast im Lehrplan an den Rand gedrängt werden oder von der Politik an den Rand gedrängt werden, das sollte tunlichst vermieden werden. Als ich hier anfing, war ich auch stolz an einer Universität zu arbeiten, die sich in einem offenen Dialog zwischen den Hierarchien verpflichtet sah. Ich schätze die linke Vergangenheit dieser Hochschule und war da schon gespannt und aufmerksam zu beobachten, dass da wahrscheinlich unterdessen bestimmte Ebenen nicht mehr so aufeinander zugehen, wie das in der Vergangenheit meines Erachtens eher der Fall war. Ein weiteres Geschenk zum Jubiläum, ein Science Slam vom Physikalischen Verein Frankfurt. Die Karten waren bereits Wochen im Voraus vergriffen. Vor ausverkauftem Hörsaal traten junge Wissenschaftler der Region in kurzen Vorträgen über ihre Forschung möglichst humorvoll und gut verständlich gegeneinander an. Die Atmosphäre war ausgelassen. Bewertet wurde vom gut gelaunten Publikum mit Punkten und Dezibelhöhe des Applaus. Das Event war zugleich das Finale für die sechs Referenten, die sich das Jahr über in Vorentscheiden durchsetzen mussten. Von der Goethe-Uni mit dabei, die Biologin Daniela Czymanski. Wenn man hier unten steht und diese ganzen Gesichter sich anschaut, denkt man schon so, oh, was war noch mal schnell ein Vortrag. Aber ja, wenn es dann losgeht, dann fliegt man und es macht Spaß. Es war eine tolle Runde. Hat auch Spaß gemacht, die Vorträge der anderen zu hören. Also ja, Rundeabend. Obwohl die Teilnahme im Vordergrund stand, musste am Ende ein Sieger gefunden werden. Der Informatiker Johannes Schildkind gewann mit einem äußerst amüsanten Vortrag über Datenbanksysteme. Kommt ein Kunde rein und sagt einmal Pommes mit ohne alles, kann diese Frau direkt ausrechnen. Produktmatrix mal Pommesvektor. Okay, der Kunde hört sich folgendes Lied an. Somewhere beyond the sea. Und Spotify rechnet dann und guckt, was schlage ich dem jetzt vor? Was könnte sich als nächstes anhören? Und zwar, das Meer funkelt im Glanz der Nacht wie ein Diamant. Oder die Heino-Version, das Meer. Oder vielleicht, always look on the bright side. Der Hauptpreis Kunstreste. Ob Menschen, die von außerhalb der Goethe-Uni kommen, die Kunst darin erkennen, bleibt ungewiss. Wie fühlt es sich an als Gewinner heute Abend? Ja, ich hätte nicht damit gerechnet. Fühlt sich super an. Was machst du mit deinem wunderbaren Preis? Der alte Goethe. Für die Fensterbank ist er ein bisschen zu groß, aber der wird irgendwo im Flur oder so zuhause seinen Platz finden. Als Gartenzwerg vielleicht im Vorgarten? Besser nicht. Ich weiß nicht, ob der wetterfest ist. Ich denke, wir sollten jetzt erstmal darüber abstimmen, ob wir überhaupt einen neuen Toaster brauchen. Zum Abstimmen müssten natürlich alle da sein. Wir sind aber nicht alle da. Na, wo sind eigentlich Ginheim und Niederrad? Ähm, also ich stehe eigentlich schon die ganze Zeit hier und hab auch vorhin gesagt, wir sollten, naja, wir sollten darüber abstimmen mit dem Toaster und so. Ich mag das eigentlich nicht, wenn man mich nicht beachtet. Ich mach so viel für die WG und ich schufte ihn dann. Hallo? Noch jemand da? Na toll. Äh, okay. Und wo ist Ginheim? Äh, Ginheim ist Schwimmen, weil wir, äh, weil der Maingrad so kalt ist, ja. Okay. Ja gut, wenn die Mehrheit anwesend ist, würde ich sagen, können wir abstimmen. Also wer ist denn schon mal dagegen, dass wir einen neuen Toaster beschaffen? Gut. Gut, Gegenfrage, wer ist dafür, dass wir uns einen neuen Toaster anschaffen? Riedberg? Du musst auch abstimmen. Äh, nee, ich enthalte mich. Ich, nee, ich bin beschäftigt. Also diese Zickereien zwischen Bockenheim und Westland, das stört mich schon ziemlich. Und diese gelahnen Situationen, also ich, ich versuche da einfach neutral zu bleiben. Gecheckt. Neutral bleiben. Na gut, damit ist es entschieden. Es ist unentschieden. Aber ich hab doch eigentlich auch dagegen... Ja, vielleicht, vielleicht machen wir einfach eine geheime Abstimmung. Das Problem ist doch, mit zwei Leuten können wir doch gar keine Abstimmung machen. Aber wisst ihr, ihr könnt nicht einfach mal... Äh... Ja gut, aber das entspricht ja wohl nicht den Sicherheitsvorschriften. Und schauen wir überhaupt mal, wie das aussieht, das ist doch nichts. Der funktioniert jetzt aber... Darum geht es ja auch gar nicht. Ja, und worum geht es dann? Ja, es geht darum, dass der Toaster auch... Ähm... Natürlich... Ähm... Also... Hat... Auch viele und... Auch das ist... Äh... Ähm... Boah... Ich gehe Entenfüttern. Gut gemacht, mein Junge. Ich bin ein Mädchen. Oh, warum ist denn jetzt dieses Ding noch so kalt? Boah, nee, ich hab keinen Bock mehr. Es funktioniert ja gar nichts. Oh, das frustriert mich total. Ja. Ich hab überhaupt keinen Bock, jetzt noch vor Weihnachten in die Uni zu gehen. Ich glaub, da bist du nicht die Einzige. Hast du Uni-Lust oder Uni-Frost? Ich hab Uni-Lust. Naja, das ist eine schwierige Frage. Ich hab Uni-Lust. Eher Uni-Frost. Warum? Weil die Umstellung auf dem Bachelor ein bisschen ungünstig für mich war. Ich hab grad eine Präsentation hinter mir und bin jetzt eigentlich mehr oder weniger erschöpft, aber doch halbwegs glücklich. Für was werde ich gerade aufgenommen? Habt ihr Uni-Lust oder Uni-Frost? Ähm, Uni-Lust natürlich. Warum? Weil es immer cool ist, mit den Leuten hier was zu machen. Ähm, Uni-Lust. Warum? Weil ich gerade mit einem Kumpel getroffen hab in der Büff, wenn wir ein bisschen zusammen hier gesessen haben, was wir gemacht haben. Also eigentlich war es recht chillig. Wenn ich ans Präsidium denke, dann eher Frust. Okay, warum genau? Die komplette Ausrichtung der Goethe-Universität in den letzten zehn Jahren einfach sehr gefährlich und, äh, ja, undemokratisch finde. Wenn du Uni-Präsident wärst, äh, was würdest du dann ändern? Freibier für alle. Die Strukturen, die grundlegenden Strukturen, die finanzielle Verteilung des Geldes ist eine Katastrophe. Die ist sehr ungerecht. Oh, da würde ich einiges ändern. Also, also ich würde erst mal, ähm, mich um Finanzierungsmöglichkeiten beim Land, also wirklich einfordern. Na, ne, klar. Auf jeden Fall mehr wissenschaftliche Arbeitskurse, dass man lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Diese Kurse gibt's zu wenig. Wenn ich Uni-Präsident wär, würde ich ändern, dass wir noch eine Lounge hätten, wo man ein bisschen entspannen kann. Die Berufspraxis, die fehlt hier ein bisschen, zumindest an den Erziehungswissenschaften. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Fachbereichen ist. Es müsste mehr nachhaltiges Bildungspersonal ausgestellt werden, weil wir haben hier viele Leute, die sind noch nebenberuflich unterwegs und sind total überfordert. Es braucht mehr Bildungspersonal, welches auch wirklich qualifiziert ist und tatsächlich auch daran interessiert ist, um Studierenden etwas beizubringen und nicht, weil sie das Geld brauchen. Wenn du Uni-Präsident wärst, was würdest du ändern? Eigentlich gar nichts im Moment. Und jetzt wird's nass. Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Unisport. Wir stehen heute vorm Uniklinikum und ihr müsstet euch wundern, denn beim besten Willen kann man hier keinen Sport treiben. Diese Ausgabe wird eine ganz besondere sein, denn wir gehen nicht zu Hobbysportlern und machen uns dort lächerlich, sondern wir treffen jemanden, der es wirklich weit gebracht hat. Jan-Philipp Glania, der deutsche Meister. Glania, Tor genannt von seinen Anhängern. Das ist einigermaßen im Rahmen. Glania jetzt näher dran. Glania hält den Anschluss. Glania muss jetzt irgendwann kommen. Bronze-Medaille für Jan-Philipp Glania! Jan-Philipp Glania mit seinen Fans hier. Ein großes Rennen hat er heute gezahlt. Der muss das Grundstück schaffen, Zahnmedizin zu kombinieren mit diesem so zeitaufwendigen Leistungssport schwimmen. Ja, ich bin super glücklich mit der Saison, wie die gelaufen ist. Es hat alles super gepasst. Ich hatte ein tolles Jahr. Ich war viel unterwegs, viel Erfahrung gesammelt und dann noch die Bronze-Medaille obendrauf. Es war ein super Jahr. Jan-Philipp gehört zu den besten deutschen Lippenspezialisten. War bei der Olympia 2012 und ist für mich einer der talentiertesten in Deutschland. Sehr fleißig, leider hatte ich nicht so viel Zeit, um diesen Hochleistungssport zu betreiben. Ja, momentan studiere ich von 8 bis 5 Uhr jeden Tag, fahre dann direkt ins Training zum Olympiastützpunkt in Frankfurt, mache dort Krafttraining anderthalb Stunden und dann noch zwei Stunden schwimmen. Und dann komme ich abends gegen halb zehn heim und probiere noch irgendwie was zu lernen, Arbeiten fertigzustellen für die Uni. Also es ist momentan wenig Freizeit. Freizeit, Naturstahl, eine große Unterstützung, Freizeit ist der Uni. Zahnmedizin, das ist relativ schwierig, weil es sehr verschult ist. Man muss sehr viele Stunden in der Zahnklinik verbringen, kann quasi Urlaubssemester nehmen für den Sport, das ist zulässig. Das mache ich dann auch immer, um große Wettkämpfe vorzubereiten. Das ist auch die einzige Möglichkeit eigentlich, weil mit Studium ist es nicht optimal, dann den Sport nebenbei zu machen. Breistellung, ich habe sehr viele Anwesenheitspflichten, weiß noch nicht genau, ich habe das noch nicht ausgereizt bisher, was dann ist, wenn man das ausreizt. Ich denke mal, dann könnte man vielleicht eine Auswahl kriegen, dass man das irgendwie nachholt oder irgendwas. Es gibt eine Kooperation zwischen dem Olympiastützpunkt Frankfurt und der Uni. Ja, müsste ich dann schauen, wie das läuft. Aber ich denke mir, dass ich dann die Möglichkeit hätte, das vielleicht nachzuholen. Tipps für Leute, die Leistungssport betreiben, jetzt anfangen wollen zu studieren, nebenbei sozusagen. Gibt es Stipendien, Fördermittel? Ja, es gibt für Sportler verschiedene Einrichtungen, Deutsche Sporthilfe, Hessische Sportstiftung in Hessen, die dann auch Stipendien vergeben für Studenten. Ja, kommt dann darauf an, welchen Status man hat, welchen Kader man hat in Deutschland. Das ist schwierig, aber man muss natürlich, es ist schon möglich, Leistungssport zu betreiben nebenbei, man muss halt sehr effizient arbeiten und muss sich halt auf wenig Freizeit einstellen. Vor allem muss ja eine Kommunikation stattfinden zwischen Sportler, Uni, dem Verband, beziehungsweise dem Verein, den diese Sportler unterstützt und schon kann man nicht leben. Deshalb ist es so wichtig, dass der Jan Philipp seine Ausbildung hier jetzt macht zum Zahnarzt beendet und gut beendet. Ich will da nochmal ein Urlaubssemester einlegen vor Olympia. Ich arbeite natürlich daran und will dann nach den Olympischen Spielen dann durchziehen im Studium. Hat die Uni deine Erfolge wahrgenommen? Ja, also das spricht sich ja dann rum hier im Fachbereich auf jeden Fall. Inwieweit das jetzt hier in der Uni die Runde gemacht hat, weiß ich nicht, aber bei den Zahnmedizinern wissen die schon Bescheid. Ein paar Worte zur Zukunft? Fernziel ist natürlich Rio 2016. Da will ich, das ist mein Ziel ins Finale zu kommen bei den Olympischen Spielen. In naher Zukunft steht als nächstes die Weltmeisterschaft im Kazan an. Jan Philipp Klania, das kann eine Hoffnung werden. Shake Hands mit Christian Diener für Rio 2016. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Wo ist denn der Text? Das sind diese Buchstaben, nicht diese runden Kreise, sondern die. Kann ich die Melodie, kann ich mir mal jemand vorsingen kurz? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas. Mach mich lauter! Mach dich leiser, es tut weh! We wish you a merry Christmas and a happy new year. Good tidings. What? Komm, lass mal wenigstens so ein bisschen tun, als wären wir uns mögen. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Woo! 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 Vielen Dank.